Das Spiel heißt Hazing Night Shift, das nächste Horrorspiel in unserer Reihe. Ich habe schon wieder keine Ahnung, was uns da erwartet, aber gar keine. This is real crime scene footage, super. A young policeman arrived on his first call. For maximum gaming press, turn off the lights and put on headphones. Wenn es schon so startet, wird es nicht gut enden. Auf Deutsch! Gut. Rein da in die Stube. Jemand hat die Polizei vor ihrem Haus gerufen. Die Tür stand offen. Ich ging hinein. Ja, ich glaube sowas. Stockdunkel. Stockdunkel. Mist, der Schloss ist kaputt. Es scheint nicht zu funktionieren, okay. Oi, 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 oi. Es ist zu dunkel drin. Ich habe meine Taschenlampe im Polizeiauto vergessen. Okay. Ist jemand hier? Also Wassertropfen. Gesperrt. Ich kann die Tür und andere Leute nicht aufbrechen, bis ich verstehe, was hier vor sich geht. Okay. Kommt das schon wieder nicht raus? Was? Was darf ich denn überhaupt? Gut. Das Licht ist wieder angegangen. Da ist ein Ball runtergeflogen. Okay. Schauen wir mal. Hier. Da passiert mal gerade viel. Dreh. Mach die Türe auf. Guck. Guck. Ist das da wirklich nochmal um und umschauen oder was? Was? Okay. Oder ich habe Hort von ganz. Ich glaube, da hat er alles aufgerissen. Kann er noch immer nicht durch. Raus. Ach. Ach. Scheiße. Da kommen wir jetzt nicht raus. Was macht das Spiel, Alter? Was ist denn das wirklich jetzt da? Ja. 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 accidents. Ja. Ja. Da liegt auf einmal tot ein Shell. gibt es bei euch irgendwas ihr kuschelt ihr kuschelt dahinten status der messer kopf stecken das messer hat sie vereint okay jetzt wird's grausel gesagt hinterzimmer mir gefällt es ja mir auch nicht staubsauger buddy you should be somewhere else ist das gestört ist das gestört brauche das noch für helloween kumpel du solltest woanders sein ja am heisel ich kann da keine türen aufmachen aber ein schlüssel ist es jetzt für unten so ein paar hände ah lass sie die offen lass sie die offen hab ich gesagt baby phone irgendwo muss es noch einen zweiten geben mach diese scheiß tüge auf schlüssel 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 Was macht er? Legt er gerade ein Geister in einen schweren Haufen? Es scheint, da ist etwas. Wir müssen etwas finden, um diesen Mist zu beseitigen. Ich habe einen Pumper. Ich habe einen Geister in den Geister. oder ich sehe mich gerne einen instant waren oder ist das spiel auf twitch erlaubt da ist das zweite 1 zum reden eines zum zuhören gruselige notiz was hat das geschrieben dead mama steve baby clark ok das telefon ist jetzt nicht mehr da ist das im badezimmer vielleicht wer hat das problemen pink Okay, ich habe ein B-Fone mit mit meinen Spielen. Okay, B-Fone haben wir mitgenommen. Willst du mit mir ein Spiel spielen? Hört sich an, wenn das Telefon oben wäre, oder? Da. Im Allgemeinen bin ich es. Ich habe ihn angerufen. Meine Eltern lieben mich nicht und ich wollte mich an ihnen rächen. Es war alles ein Witz. Ich wusste nicht, dass es brutal funktionieren würde. Es war nur eine der Websites. Du musst den Dämon austreiben. Da hat er seine Dämonen-Dingsbums rausgesucht. Mal nehmen wir Besinger und auf den Einhorn so lange, bis der Dämon draußen ist. Ingeben natürlich. Zauberes Zimmer mal. Sehr gut. Sonne, Mond und Stirne. Perfekt, Alter. Ein Kind sollte jetzt so etwas nicht zeichnen. Wenn man der das zeichnet, muss ich auf jeden Fall raus. Du steckst ja nicht einmal am Strom! Da war f- Okay, jetzt ist es- Neben der Garage eine Schaufel. Und vier Gräber. Rot, blau, grün. Acht. Ich denke mal, das wird dann noch die vierte Farbe. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, halt, Dick. Prrrrrr. Ah. Rot, blau, grün, 8, 1, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 8 Ok, da steht ein Gabelstapler in der Garage, Congratulation Richtig am Tisch, vielleicht hinten was Ah, da habe ich jetzt die Schaufel hingehen müssen Vielleicht kann ich jetzt die Müllsäcke holen Ja, ihr bleibt so mal sitzen, saft gemütlich Ich hole euch gleich an Ok, den muss ich nicht mehr abholen Genau da, wo ich euch lassen habe Ja, mit der kleinen lacht ich so Ok, das ist am Wecker Einpackt Passt Jetzt muss ich das noch von oben holen, glaube ich, oder? Mir fehlen die zwei an Der Junge sagte, wir hätten keine Zeit, jetzt müssen wir noch das Baby bekämen Alter Mir haut jetzt schon die Gänsehörer drauf Ich weiß, dass wir mich da oben dran Fix Fix Viel zurück Viel, viel zurück Viel, viel zurück Ich weiß nicht, ich weiß, das wecker Toll Zum 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 Warum hast du die Kinder gemacht? Warum haben Sie uns aber viel zu tun? Warum haben Sie uns aber viel zu tun? Jetzt müssen sie alle Kreuze im Haus umgehen und das Ritual durchzuführen. Okay. Ich habe etwas für dich in der Küche gelassen. Der Hilfe, Alter! Was ist denn? Lichtquelle, jetzt hast du. Okay, jetzt! Ich habe etwas für dich. Mama, 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 Mama. Meine Frau, ich will nicht sterben. Mama, ich wollte nicht sterben. I think you're great. Why did you kill our children? Why did you kill our children? Why did you kill our children? Was machst du, ey, da? Wenn die alles noch ausgibt, ist nur noch eine geschlossene Tür und sie haben den Schlüssel. Irgendwann später. Dort begann ich mit der Tour für das Ritual, als dort musste es vollenden. Äh, Psychopath. Das bin ich. Das bin ich. Sieht so aus, als hättest du es geschafft, aber ich habe immer noch große Angst. Finde mich und bringe mich von hier weg. Ja, aber fix nicht! Ist es vorbei? Ist es vorbei? Hey, guy. Hey. Ist das krank? Ist das krank? Na, bist du gestört? Na, ist der... Alter, voder. Das war krank, das Spiel. Kurz, aber geil. Das sag ich auch. Okay, ich glaube tatsächlich, dass das einer der schlimmsten Spiele war, Alter. Aber das kam vom... Das war krank. Das war krank. Das war krank.